romeo sag mal ne like anzahl 100 likes auf jeden fall schon mal drin 100 likes 50 aber 50 likes ja leute ihr habt es gehört bei 50 likes was passiert dann da dann mache ich ne kanal mache ich zu fünf kanalvorstellungen auf meinem kanal macht er fünf kanalvorstellungen wenn er auf meinem kanal von 3 ok drei kanalvorstellungen wenn ihr einen kanal habt macht romeo drei kanalvorstellungen ihr habt gehört aber nur wenn die 50 likes bis das video also die fünf gleichen mussten erreicht werden innerhalb von zwei tagen groß das video von zwei tagen okay oder nicht von einem tag von einem tag na einen tag junge ok 22 zwei tagen zwei tage ihr habt zwei tage zeit ich werde das video auf eine bestimmte uhrzeit lesen das sage ich ihm romeo dann nachher mal gucken wie lange der upload braucht und dann werden wir schauen nach zwei tagen wenn das video dann diese like anzahl erreicht hat macht der drei kanalvorstellungen und dann noch als kleine sache von mir werde ich die v2 von dem default edit also was ich hier gerade benutze lesen dann habt ihr auch noch was von mir dabei hallo herzlich willkommen zu einer etwas verspäteten runde minecraft bad wars mit dem lieben romeo und dem hugo mtss aber nicht in der runde ja wir spielen auf dem apple uns keines mitte finde ich gut brauchst du blöcke ich habe 27 ob es reicht dann hole ich mir jetzt gelb oder doch nicht hätte egal ob der rendy mich jetzt hoch mann weißt du manchmal hauen rendys einfach so richtig komische hits raus ne die denken sich dann so ein gegner und dann schlagen sie einmal so richtig komisch so richtigen schock schlag und dann bist du einmal da und denkst sie nur so wort 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 romeo sag mal ne like anzahl 100 likes sind auf jeden fall schon mal drin 100 likes ne 50 aber 50 likes ok Leute habt gehört bei 50 likes was passiert dann da dann mach ich ne kanal mach ich 5 kanal vorstellungen auf meinem kanal macht er 5 kanal vorstellungen wenn er auf meinem kanal 50 likes sind oder ne 3 ok 3 kanal vorstellungen wenn ihr einen kanal habt macht romeo 3 kanal vorstellungen leute ihr habt es gehört gell aber nur wenn die 50 likes bis das video ähm also die 50 likes müssen erreicht werden innerhalb von zwei tagen wo es das video angekommen ist von zwei tagen ok oder ne von einem tag von einem tag na einen tag junge ok 2 2 2 tagen ok ja 2 tage ihr habt 2 tage zeit ich werde das video auf eine bestimmte uhrzeit releasen das sage ich dem romeo dann nachher mal gucken wie lange der upload braucht ja und dann werden wir schauen nach 2 tagen wenn das video dann diese like anzahl erreicht hat macht er 3 kanal vorstellungen und dann noch als kleine sache von mir werde ich die v2 von dem default edit also was ich hier gerade benutze releasen dann habt ihr auch noch was von mir dabei und wenn ihr den kanal habt dann stellt der romeo euch 3 kanäle vor könnt ihr euch dann irgendwie keine ahnung dafür bewerben in den kommentaren oder so ja dann wird der romeo sich 3 aussuchen aber okay jo also ich würde dann eben die die meiner Meinung nach die besten Videos machen ist eigentlich logisch und ja oder ich werde einfach rennen perren.log ich mal guck mal ich glaube ein ein von den besten Videos ja ähm ich nehme noch kurz auf ganz kurz ja jo ja jo naja ich würde dann einen nehmen von der die besten Videos macht die sich da beworben haben und 2 per random.org Hey, was sind das für Randoms, Alter? Sie gucken mir ja so zu, wie ich das Bett abbaue. Kann es sein, dass der hackt? Nee, der hackt nicht. Der hackt wirklich nicht. Sonst hätte er mich gerade schon die ganze Zeit beim Bettabbau geschlagen. Oder er kam gerade nicht so mit seinen Hacks klar. Das kann natürlich auch sein, aber... Ich glaube eher nicht, dass der hackt. Dann wäre er zumindest ein bisschen besser gewesen. Mal gucken, ob die Zahl erreicht wird. Na ja, so nach zwei Tagen kann es gut sein. Ich werde es auch nochmal... Also, ich glaube, das werde ich ins Pre-Intro packen, damit es auch schön... Ich weiß nicht, soll ich das Video liken? Ich mache mal einfach. Ah, komm, hau einen Like raus, Romeo, komm. Lecker, lecker, lecker. Also, ihr habt gehört, 50 Likes, ne? Leute, ich zähle auf euch. Oh doch, der ist ein bisschen anlädtet. Der auch doch. Ja, meine ich, ja. Ein bisschen ist er doch ein bisschen anlädtet. Hat jetzt keiner gesehen, übrigens. Hat wirklich keiner gesehen. Ich hole den jetzt mit der Hand. Wenn ich ihn jetzt hole, dann mache ich fünf Kanalvorstellungen. Wenn du ihn jetzt mit der Hand holst. Ja. Okay. Ja, Leute. Wünsche ihm Glück. Ich hole den eh nicht. Mal gucken. Na ja, nur ein Lockback hat er nicht. Also, Chance hast du. Wenn du ihn rausloggst. Ja, aber... Nein, er war fast down. Lol. Auf dem letzten Block hat er es noch überlebt. Na ja. Er hat gemacht. Weniger Arbeit für dich. Wo ist der Bastard? Ach, da ist der. Habt ihr ihn? Nee, noch nicht. Ich mache da so eine Zeremonie draus, weißt du. Ich dachte mir so, lass ihn erstmal so ein bisschen Freude am Leben haben. Und dann droppst du ihn von der Seite runter. Hey, lol. Er hat Kill Aura. Er hat einfach Kill Aura. Ja, er hat einfach Kill Aura. Der schlägt dich durch den Villager durch. Hinter dem Villager stand der und der schlägt dich. Der hat Kill Aura. Ja. Also, guck mal, ne? Guck mal. Romeo. Ja. Der stand hier. Ja. Und der hat mich einfach so durch den Villager durchgeschlagen. Ja. Na gut, da muss ich ihn halt jetzt der Boss holen. Ja, hätte ich einen Knockback-Stick gehabt, wäre er down gewesen. Das ist halt das doofe. Nein, nein, schon. Okay, der Boss holt ihn jetzt. Halt's mal. Oh mein Gott. Lol, das ist oben. Als ob. Und, was habe ich gesagt? Der Boss holt ihn. Ja, oben war das so viel. Ich meine, das ist nur ein Blockteil, also, ne? Okay, GG, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Ja. Achso, ich war gemutet. Romeo, du warst gemutet. Willkommen zur zweiten Runde immer noch mit dem gleichen Typen in Team. Leider. Leider. Er haut raus. Okay, wir können das auch ganz schnell ändern. Slash L. Ach, Digga! Ich bin so schlecht geworden, ey. Nimm mal bitte auf, ich igel. Ich will das mal sehen, wie schnell ich igel. Ja, okay, mach. GG. Und? Ja. Mach's noch ein bisschen, äh, en sneak noch ein bisschen weniger und du bist, äh, gleich, ähm... Und du bist, sag mal... Black Eagle. Black Eagle, genau. Digga, who the fuck is Takedown? Ich kenne den Clan nichtmals. Die laden mich einfach in den Clan ein. Wen? Takedown. Quickly Strafe, okay. Ich geh da mal zu gelb, gell? Wenn er mich schon in der Mitte so blöde anmacht. Okay, rot wurde erstmal von weg. Jetzt ist weg oder ich spring runter. Ich spring runter. Hä, als ob! Nein, 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 ist nicht weg, ich spring runter. Ja, ich bin auch down. Digga, äh, ich spring einfach auf den drauf und krieg diesen Sidekick, Alter. Hier, Blöcke. Danke. Also, ob die sofort ins in den OP-Weg ziehen, was soll denn diese Pisse? Pass auf, der ist über dir, ne? Nice one. Na gut, der hat auf jeden Fall richtig krassen Skill. Ja, er kann rückwärts... Trust you jetzt. Digga, er kann rückwärts igeln, Mann, wir müssen richtig hart aufpassen. Nice, girl. Nice gerusht, Romeo. Hättest du den Stick in Richtung Mitte gedroppt, hätte ich den aufnehmen können. Gelb kommt, pass auf. Könnte sein, dass sie auch zu unserer Base kommen. Ja, okay, okay. Alles klar. Ganz leicht, komisch, wie er auf einmal da ist und ich genau in ihm drin bin und ich die zwei Hits kriege. Ich war einfach beim Bett und er schlägt... Also, ich war so gerade bei der Treppe beim Bett. Und bin ich dann die ganze Zeit AFK am Spawn, ne? Und dann auf einmal, guckt der mich an, schlägt mich, ich bin down und fliege so über die halbe Map und ich... Okay, er hat halt nur eine Hand, aber juckt ihn halt hart. LOL, wie er noch Knock-An gemacht hat. Gelb, äh, rot kommt zu uns, rot kommt zu uns, rot kommt zu uns. Fuck. Ich, ich komm über... Ja, sie ziehen wieder um den OP weg. Ah, gefällt. Ach, Idiot. Lopfer. Ich hab nur noch fünf Blöcke, ich geh jetzt zu denen. Ja, gelb geht auch zu rot. Nice, GG. Gelb saved Gold. Soll ich auf den Goldsaver gehen? Ja. Soll ich schon, die roten. Hab ihn. Rot, beide da. Ich hab gelb ein und das war der Goldsaver. Die haben zum Eisen gebaut, gelb. Ne, irgendwoher haben die Eisen. Ach ne, es ist ein Eisenschwert. Die haben Eisenschwert schon. Die haben schon mal Gold gesaved. Oder die haben Flyhack. Nein. Naja, aber... Der mit dem Eisenschwert ist Mitte, gell? Ja, aber die haben kein Bett mehr. Die gelben? Ja. Die gelben haben Bett, du Witzboot. Ah, okay, nice. Wenn der jetzt zu uns geht, sind wir gefickt. Wenn er jetzt zurück geht, ist er dumm. Ich camp hier oben und warte auf seine Entscheidung. Wie du ihm erst noch den Hit drückst. Ja, okay. Ja, er ist down. Tschüssi. Machst du ihn? Ja. Was? GG. Das war die zweite Runde. Und wahrscheinlich auch die letzte Runde. Und ja, ich hab bei ihm rum hier vorbei. Der hat bald auch die 3000 Abos. Und ja. Ich würde sagen... Wie gesagt, 50 Likes. Genau. 50 Likes. Ja. Und. Ja. Dann bis zum nächsten Mal und tschömmel. Jo, tschau.